das video heißt xd 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 gebannt so ein banger trick a trick bicep glue track ach so das war das wo phoebe aussehen live gegangen ist schon ist mir einmal passiert einmal bin ich aus dem live gegangen als wir eine aufnahme hatten zu viert und ich sollte aufnehmen und bin aus reflex auf streaming gegangen statt auf startaufnahme und wir waren zu viert wir waren zu viert genug nova ich und maxi nicht nova maluna sowohl maluna als auch ich haben beide ausversehen stream gestartet statt aufnahme beide die streamer junge mann wissen sie überhaupt was die da machen was läuft was läuft willkommen wieso sieht revie actually gebrochen aus mein herz revie was läuft was läuft willkommen zum nächsten video da ist noch der nicht lachen counter drin ja sorry in rhein in police simulator der sohn hat gerade abfahr weg geworfen ist aber eine absolute frechheit überall müll trägt mich am arsch stehen bleiben beine breit ausweis dabei das gibt einen strafzettel für das wegwerfen von müll etwa 25 bußgeld ja das geld haben wir auch schon gezockt so 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 random die geld habe ich nicht ist mir scheiß egal da die arbeit ruf mal dein armband an tue in dein gesicht ja hallo zu sehen officer hallo was ein gerät alter das ist ja aber nicht tif zu den alter was pfeifen die alle da raus ich hoffe dass wir jetzt aufsteigen und neue aufgaben bereit bekommen wir sind richtig süß dass man momentan noch so andere games zockt das voll sweet man sind ein rang aufgestiegen sehr gut da sieht er sich ja also wir kommen der sache immer näher du hast einen neuen einsatz tipp freigestellten einsatz leichter und der ganze chat ist voll mit diesem und was ein neuer einsatz tipp freigestellten einsatz leichter unfall ok akzeptieren ich übernehme das nimm einen leichten unfall auf 200 meter entfernt der heidewitz ja okay egal wir laufen die verletzten können sich auch ein wenig gedulden ich komme zu fuß mit der mütze ist das hier schon der unfall oder was befrage die leute um den unfall zu ermitteln aufzulösen vergiss nicht alles die garung video ist einfach ein zusammenschnitt von montes einfach und gaming video von montes geworden gründlich zu untersuchen und berichte auszuhändigen ich habe kurz für eine sekunde überlegt ob fuhr hatten placement hat für modern warfare dann war ich so ich glaube das kommt in der abnahme nicht durch was ein klip bitte findet einen guten namen für die musik als ich das gespielt habe in meinem zwölfstundensteam oder versucht habe kurz zu spielen in meinem zu ne es war nicht mein zwölfstundensteam egal in irgendeinem stream jungs war auch krise flieger es ist und leiten das spiel habe keinen gaming sound perfekt ich habe einfach keinen gaming sound warum sollte ich auch gaming sound haben also werde überbewertet einfach so ein gutes spiel nachtige das server schmiert ab nach ist das geist mein cutter weiß inzwischen dass ich ein dummes stück kacke bin der hat mir so eine google doc gemacht guck mal test zum video einreichen machst du rechts 50 prozent in der facecam und links 50 prozent die videos das dafür bei den videos ruhig rechts und links schwarze balken intro bitte in fullcam und danach in den 50 50 split ich habe meinen eigenen babysitter so da hat er mir doch sogar noch einen text geschrieben den ich vorlesen kann naja intro machen wir selber ist mir egal was er will moi leute willkommen zu meinem video auf dem zweiten kanal welches dir gefällt lasst doch gerne like oder ein abo da hilft immer wieder gerne und wir spielen wieso war da ein mh drin moi leute willkommen zu meinem video auf dem zweiten kanal welches dir gefällt lasst doch gerne like oder ein abo da hilft immer wieder gerne und wir spielen plate up mit max zusammen max gleich trymix kommt auch raus haben wir drauf viel spaß mit video moi leute trymix hier mich hat es komplett mit corona erwischt abwertosa schreibt geimpft und trotzdem corona xd 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 das ist so 2020 xd 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 go machen haben wir alles go der jetzt bin ich gespannt wenn nicht sofort abbrechen und neu haben alles vollautomatisch mit verfließbindern haben wir sooooh was junge als leute bei mir in chat geschrieben haben als ich mit nova gespielt haben dass max äh dass trymix und romatra besser waren weiß so ja chillt haltet euer maul so ja die sind halt bisschen besser die haben eine fabrik gemacht nova und ich sind an der pizza gescheitert gut dann muss man nächste woche samstag mal ein bisschen rein in den grind ja jetzt ist sie zu ende die runde also war nicht mal knapp würde ich sagen ich habe keine pillis mehr die ich poppen kann was hat man für ein weirder slang alter aus welchen rap videos hast du das denn gesteckt äh aus papa plattes rap songs der rappt immer so der mischt aus den kodien mit sprite und so eine schnitzel das ist kodien? hustensaft? hustensaft? das brauchst du mach du das mal ja ist so ey no joke wenn hier einen drogenlieder zu bitte verkauft wlan kodien der typ hustet uns immer voll das war so eine romatra so ein romatras fehlter ja komplett ne super kleiner als zufach grösser als super kleiner als zufach grösser als super kleiner als zufach was war das? mal der padrast • 15 uhr • NEIN HÄ • Ich kann vorher nicht • Hallo? • Das alter falsches • 38 • Auch Falsches • So ein guter clip • 30 auch Falsches • Was ist das für ein übelster sprachfehl – baş likely • Ruf Tony an Meinst du Antonia Nova? Nee, die wollen wir nicht. Alles klar, dann nicht. Nee, kannst du... Riebet. Meinst du Antonia Nova? Mann, nein, Antonia rieft. Kein Problem, ich mach nichts. Nice. Rieft. Der Mann hat mir gar nichts zu sagen, heute ist Weltfrauentag. Ich muss dafür auf deine Spotify-Daten zugreifen. Warum? Darauf habe ich keine Antwort. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Ruf Antonia Rieft an. Ich rufe Antonia Riebettmobil an. Oh mein f***ing Gott. Ich benutze Siri nie wieder. Ey, Siri, was kannst du mir über Montana Black sagen? Du kannst sowas sagen wie, wie wird das Wetter morgen in Bildung? Erstelle eine Erinnerung und schicke eine... Wau, du H***e. So eine halbe Video sind wieder meine Clips, ich schwör' on Gott, Alter. Es ist wieder so. Was soll ich machen, Freunde? Ich bin einfach zu witzig, Mann. Ich glaube, ich versuch mal in der Woche nicht lustig zu sein. Ich versuch mich mal übel anzustrengen. Yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu der neuen Folge. Buh, 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 buh. Waro wird uns liegen zickzack. Und heute werden wir mal wieder nicht Videos haben. Hallo. Ja, hi. Hi, was geht? Wir sollten sowas machen wie Waro, aber nur mit Vollidioten. Hey, woher wusstest du, dass ich 50 Viewer habe? Ja, okay, ich schaffe auf. Also das Ding ist durch. Papa Platte, eigentlich hatte ich mit dem noch nie viel am Hut. Und jetzt macht er mich hier so. Andere, ich weiß nicht. Abgehoben, seitdem er irgendwie wieder in den Satta Hugo-Videos ist. Warte, jetzt kann er sich einen rausnehmen. Ich habe letztens meine Cousins gefragt. Junge Hopps. Ich weiß nicht, ob sie so ein T-Shirt haben wollen. Aber dann meinte ich so, oder werdet ihr damit gemobbt? Ich war mir nicht sicher, ob sie das haben wollen. Ich habe auch keine Antwort für je. Gebrochen. Pupelbremse, hallo. Ich bin ein gepflichter Mann. Pupelbremse, Fujikato. Frise auf. Aufs Folling angelehnt. Besser am blauen Haaren als grauen Haaren. Pfiou. Montefaare werden zwar schon langsam grau. An wen denkst du dabei spontan? Boah. Hello, Tricks. An Carsten. Da würde ich dann kein Energy mehr trinken, sondern an Wodka. Und schieß mich weg und schlaf ein. Das ist die sogenannte Phoebe, richtig? Die 17 Jahre alt ist und ankündigt, dass sie sich hart dem Suft gibt. Entzündet die Tornado. Entzündet die Tornado. Natürlich gibt es einen Clip von Phoebe, wo sie einen Tomato zündet, oder? Das ist so ein guter Track. Boah. Das ist die sogenannte Phoebe. Boah, das ist so gut. Das ist die sogenannte Phoebe, richtig? Genau, das Phoebe. Er hat ein Full-NPC-Modus. Ja, 100%. Auf Wiedersehen.